Und da war wirklich auch immer die Frage, hey, wolltest du in deinem CV drin haben, Sextoys zu verkaufen? Da denkt man sich immer, hey, vielleicht will man ja irgendwann mal zurück wieder und in eine Bank oder Uni arbeiten gehen. Und geht das nicht mehr. Flowcast mit Flavio Kamensind. Flavio Kamensind spricht mit erfolgreichen Zeitgenossen über ihr ganz persönliches Flow-Rezept. Was haben sie erreicht? Was treibt sie an? Ihr persönlicher Weg zum Erfolg, Passion und Top-Performance in Business und Leben. Und was hält sie im Flow? Flowcast. No Trash-Talk, just Flow. Ja, die Sendung wird wirklich heiss. Wir haben den Mitgründer vom Sexshop Amorano heute bei uns, den Alan Frey. Herzlich willkommen in der Sendung. Danke vielmals. Du bist ja nicht nur der Mitgründer von Amorano, sondern auch noch Minimalist. Über das reden wir dann später, was das genau ist. Die erste Frage ist ja immer 1 bis 10. Was ist dein Flow-Level jetzt? Du bist mit dem Velo-Co, muss man noch sagen. Ich bin mit dem Velo-Co, ich schwitze nicht mehr so. Ich würde sagen, auf 9,75. Oh, ein hoher Level. Ist das immer so bei dir? Nein, nein, ist das nicht. Ich mache mega gerne nichts. Aber wenn ich draussen bin, dann ist es relativ hoch. Und wie kommst du in den Flow? Was ist so dein Rezept? Jetzt kommen wir schon in die Tiefe ein, von dieser Weirdness. Wahrscheinlich geht das Gespräch in die Richtung. Ich habe eine mega weirde App auf meinem Telefon. Und die erzählt meine Tage, wie viele Tage ich zum Leben habe. Mein Grossvater ist gestorben mit 59. Mein Vater ist gestorben mit 59. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie viele Tage habe ich noch, bis ich 59 bin. Das waren 8'302 heute Morgen. Und das sind nicht viele. Das sind einfach nicht viele Tage. Und ich habe angefangen mit dem über 10'000 und jetzt bin ich weit unter 10'000. Und ich schaue auf die App zweimal am Tag und sage, hey, das Leben ist irgendwann vorbei. Let's rock'n'roll. Krass, also du bist 37, wenn man das in Tagen, in Jahren rechnet. So schnell, schnell. Nein, Spass. Aber das ist noch krass. Also du zählst deine Tage bis 59 eigentlich. Ja, das ist total weird. Und ich kann total verstehen, wenn jemand sagt, hey, finde ich komisch. Aber es ist einfach ein unglaublicher Motivator für mich, zu einfach sehen, hey, schau. Ich habe jetzt einfach die Tage noch auf dieser Kugel und jetzt muss ich irgendetwas machen. Ich finde es eigentlich noch cool, weil es erinnert dich wirklich auch daran, hey, heute das Beste daraus zu machen. Ich habe nicht mehr so viele Tage. Ja. Aber ich hätte ein bisschen zu fest Respekt von dem, dass ich dann wirklich mit 59 stirbe, nur weil ich die ganze Zeit daran geglaubt habe. Ja, es gibt Leute, die dann so kommen und sagen, hey, aber das so, weisst du, where the focus goes, the energy flows. Und so ein bisschen, hey, ich stirbe dann mit 59. Ja, vielleicht, aber jeden Tag, wo ich dann mehr habe, mega geil. Mega geil, aber das ist so mein grösster Motivator. Interessant, das muss ich auch mal ausprobieren. Was sollte ich eigentlich für das Durchschrittsalternehmen? Ja, also du kannst statistisch nachschauen im Bundesamt für Statistik, was so die Lebenserwartung ist. Das ist auch echt spannend. Man nimmt das Gefühl, wir haben so eine hohe Lebenserwartung, aber das ist, weil man das in der Medien listet, aber das ist für Leute, die heute geboren sind. Ich habe 82 Jahre gegangen, ich habe nicht so eine hohe Lebenserwartung, wie Leute, die heute geboren sind. Und das ist recht spannend zu sehen, dass man gar nicht so alt wird, wie man immer im Kopf hat oder wie man das Gefühl hat, listet man in den Medien. Das andere ist, schaue, wie alt dein Grossvater geworden ist und nachher ist das mal ein guter Indikator. Ich komme gerade in den Mund, der ist so alt geworden. Also, all good, all good. Alles gut. Ja, was ist denn überhaupt für dich Flow? Das definiert ja immer jeder ein bisschen anders. Ich liebe das Konzept von Flow, weil Flow ist für mich, wenn es unangestrengt ist, wenn man eben auf dieser Welle flaut, wenn man auf dieser Welle reitet. Und das ist einfach, wenn Sachen ineinander einfallen und es funktioniert. Und ich finde das mega schön und manchmal fällt mir das im Flow und ich probiere das auch immer anzuwenden. Es gibt so, also habe ich mal an der Uni, haben wir das mal gehabt, so wenig so Primetime am Tag. Und bei den meisten Leuten ist das am Morgen und die meisten Leute machen dann irgendwie Meetings am Morgen. Aber eigentlich solltest du in dieser Flowphase, in dieser Primetime, die wichtigen Sachen machen. Und ich liebe es, wenn man einfach im Fokus und im Flow drin ist, sodass das Unangestrengte funktionieren. Also bei eurem Unternehmen gibt es am Morgen keine Meetings? Es gibt es, aber ich versuche es zu mieten. Okay, interessanter Ansatz. Was ist denn so ein bisschen, oder wann hast du so ein bisschen herausgefunden, wie du deinen Flow gefunden hast? Ist das schon immer so gewesen? Bist du schon als Jugendlicher da so top motiviert gewesen? Nein, ich glaube nicht, dass ich so top motiviert gewesen bin. Ich hatte sicher immer eine sehr exzentrische Ader. Sonst würde man wahrscheinlich nicht sexuell verkaufen. Das ist so eine Selbstreflexion, sicher exzentrisch gewesen. Aber so Sachen hat man. Also meine Hypothese darauf ist, dass man das hat. Aber man muss es irgendwie wie schützen. Weil es kommt einfach den ganzen Tag mehr Sachen dazu. Und das Leben ist so cluttering. Es kommt immer mehr dazu. Darum auch bei Minimalismus. Es kommt immer mehr und mehr dazu, wenn man es nicht beobachtet. Und das Gleiche ist mit dem Flow. Ich glaube, umso weniger, das man hat im Tag, umso einfacher ist es zu flowen. Weil sobald einfach der Morgen voll ist, dann ist das wie so Roadblocks, wo man immer wieder drüber geht. Und darum, ich glaube, weniger Sachen haben, weniger Sachen machen, kommt man einfacher in den Flow. Da sind wir auch schon gerade beim Thema. Also du lebst als Minimalist. Ja. Vielleicht für die, die das noch nie gehört haben. Es ist ja so regelrecht fast ein Trend worden in den letzten Jahren. Es gibt sogar einen Dock auf Netflix. Minimalismus heisst ja, glaube ich. Minimalismus. Was ist das? Ich weiss es nicht genau. Ich mache es einfach scheinbar. Also es ist einfach wenig Sachen besitzen. Auf das werde ich reduziert. Das ist nicht einmal so bei mir das Wichtige. Ich bin eher ein Optimierer. Es geht nicht darum, wenig Sachen zu haben. Ich habe einfach für mich herausgefunden, dass mein Happiness-Faktor korreliert mit weniger Sachen zu haben. Mein Flow korreliert mit weniger Sachen zu haben. Und ich habe einfach gemerkt, je weniger das ich habe, desto besser geht es mir. Und ich habe dann auch irgendwann mal gesehen, dass das irgendwo eine Grenze hat, bis zu 120, 110, 120. Zum Beispiel habe ich sieben weisse Hände. Und ich habe mal weniger als sieben gehabt, dann habe ich einfach zweimal in der Woche waschen. Und das war irgendwie doof. Plötzlich habe ich meine Zeit mit mehr Waschen verbracht. Und das habe ich irgendwie nicht wollen. Und darum bin ich wieder mit zwei Händen hochgegangen. Darum, das Minimalismus ist einfach mit wenig Sachen ausgekommen. Aber bei mir ist es mehr das Optimieren von meinem Leben. Und ich habe mir einfach gesagt, hey, ich probiere, alles, was mich nervt, aus meinem Leben herauszubringen. Zum Beispiel beim Auto. Ich fahre gerne Auto. Ich habe überhaupt kein Problem, ein Auto zu fahren. Aber ich muss kein Auto besitzen. Ich kann Mobility nehmen, ich kann Charou nehmen, ich kann irgendetwas, ich kann das Auto mieten. Wenn es schönes Wetter ist, kann ich mit dem Auto ins Dessin fahren, das Gabriel, aber ich muss das nicht besitzen. Ich kann es wieder weggeben. Und das Konzept finde ich mega geil. Einfach Sachen rausschneiden, die einfach störend sind. Weisst du, wie viele Sachen du besitzt hast? Weisst du das? Ja. Hast du eine Excel-Liste? Ich musste das mal erzählen. Für eine Sendung, die ich war, sind etwa 117, zwischen 115 und 117 Sachen. Und weisst du, wie viele der durchschnittliche Menschen sonst besitzt? Ich habe das auch mal irgendwo gehört, ich habe die Zahl aber nicht konntet verifizieren, ein Schweizer Haushalt hat im Schnitt 10'000 Sachen. Krass. Das ist also wirklich extrem wenig. Ja. Wenn man dann in meine Wohnung geht, dann hangt nichts an den Wandern. Aber man sieht dann schon Sachen, die dort sind. Aber was mega summiert sind, zum Beispiel Teller. Teller und Kleider. Also Besteck und Kleider. Das ist etwas, was die Leute, oder was ich zu viel hatte. Ich brauche einfach ein Gabel, ein Messer, ein Löffel, ein Teller. Und wenn man halt mal zählt, wie viel Besteck das man hat, dann kommt man easy auf 200, 300 Sachen. Das heisst, du hast auch nie besucht zu Hause? Ich habe selten besucht. Das geht gar nicht für dich? Ja, das geht nicht. Alle aus dem Hahn trinken? Alle einfach mit dem Kopf unter den Hahn. Ich bin sicherlich jemand, der mein Leben draussen in Zürich, darum wohne ich in Zürich, weil ich draussen will sein. Wahrscheinlich würde mein Leben anders draussen sehen, wenn ich irgendwo auf dem Land wohnen würde. Aber jetzt bin ich in der Lebensphase, wo ich viel draussen bin. Und das ist wunderbar so. Also ich habe auch mal, ich habe dir das vorhin gesagt, die Dokum Minimalism gesehen und habe dann mega viel reduziert bei mir. Aber so krass, wie es du durchziehst, das habe ich definitiv nicht geschafft. Wie lange machst du das schon? Das mache ich jetzt etwa sechs Jahre. Und du nie so daran gehst, hey, ich brauche noch einen zweiten Teller, weil er scheisse mich an, immer abwaschen? Konstant. Konstant. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie irgendwann einmal aufgewacht bin und das Gefühl habe, hey, jetzt bin ich ein Mönch. Sondern die Werbung funktioniert bei mir genau gleich. Und ich meine, die machen das auch mega gut in der Werbung, weil die gehen an mein Hirn an und sagen, hey, du brauchst das. Und mein Hirn sagt, hey, Alan, du brauchst das. Und dort braucht es ein paar Tricks. Das eine ist, was ich zum Beispiel mache, ist, ich habe immer so eine Regle, one in, one out. Ich kaufe mir etwas Neues, etwas muss gehen. Also so kann ich es irgendwie so auch nivellieren. Und das andere ist, ich lehne mega viele Sachen aus. Ich frage, hey, kann ich das mal auslehnen? Und dann habe ich, und die meisten Leute sagen, ja klar, kannst du das auslehnen. Das ist meistens ein Zeichen, dass sie es nicht brauchen, wenn sie es auslehnen. Und dann habe ich es und nach irgendwie so zwei, drei Tagen merke, hey, a, ist so der Reiz vom Neuen verflogen und b, ich brauche es effektiv nicht. Und das ist so ein Konzept, das ich anwende. Ich finde es unglaublich spannend, also ich muss wieder mal mischen bei mir die Einheit. Fahre es wieder mal an? Bei dir kann ich ja fast nichts auslehnen, wenn ich dann einfach etwas brauche. Nein, es gibt wirklich wenig auszulehnen. Aber, also ich gebe dir gerne die Sachen, die ich kann, aber das ist nicht viel. Nein, aber wie ist denn das, wenn ich jetzt irgendwann mal ein Loch bohren muss, dann gehst du eben zum Nachbarn und sagst du, ich brauche schnell einen Bohrer oder ja, oder kochen durst du in dem Fall auch nicht? Ich koche, also ich habe so einen Menü zu Hause, das ich auf einer Pfanne machen kann. Also das ist Salat und irgendwie Spiegelei und so Sachen, das kann man in einer Pfanne machen. Es gibt auch zwischenzeitlich auf YouTube recht viele Videos, wo man kann schauen, how to cook a meal in one pan. Also wie musst du das machen, dass du in einer Pfanne kochen und das ist gar nicht so schwierig. Aber ich bin kein guter Koch. Also fair enough, bin ich nicht. Ich probiere da, also ich gehe sicher überdurchschnittlich viel auswärts gewessen, was man an meinem Bauch sieht. Und da probiere ich sicherlich auch irgendwie in eine bessere Balance hinzukommen. Aber nein, ich koche nicht viel. Was ich gelesen habe, du bist doch in der Optimierer, Minimalismus ist eins. Wie optimierst du sonst noch dein Leben? Was kannst du sonst noch den Leuten mitgeben? Ich optimiere mein Leben wirklich konstant und das ist sicherlich über Bücher gekommen, aber zwischenzeitlich hat man auch einen Freundeskreis, wo man immer wieder Links bekommt und dann Ideen bekommt, wie man optimieren kann. Und da ist auch eine gewisse Gefahr dabei, weil man ist in so einer Bubble, in so einer Optimierungsbubble drin und da muss man auch aufpassen, dass man nicht nur in dieser Welt lebt. Aber grundsätzlich ist so ein Trick, den ich liebe, das ist von Nassim Talib, der nennt sich Via Negativa. Und grundsätzlich ist es so, wenn Leute ein Problem haben, dann tun sie etwas dazu nicht. Zum Beispiel, ich habe einen Bauchweh, ich nehme ein Medikament. Und der Via Negativa probiert etwas an, es probiert einen anderen Weg. Und der Weg ist, ich habe ein Problem, ich nehme etwas weg. Zum Beispiel auch wieder beim Thema Bauchweh, ich habe Bauchweh, statt einfach das Medikament zu nehmen, ist so ein alter Trick, dass man einfach fastet und nichts isst oder wenig isst. Also das heisst, man nimmt Essen weg statt dazu. Und dann fährt man wieder an und tut dazu, hey, was habe ich gegessen, was schlecht ist? Und fährt nachdessen an wieder an dazutun. Oder zum Beispiel auch bei Nachrichten und so, einfach mal weglassen. Zum Beispiel, ich habe auch Netflix bis Dezember letztes Jahr und dann habe ich mir gedacht, hey, irgendwie fange ich an, so B-Movies und B-Serien zu schauen, weil ich es einfach habe. Und dann habe ich gedacht, ich lösche einfach mal Netflix und schaue, was passiert. Und habe es bis jetzt einfach nicht mehr runtergeladen. Und das ist echt spannend, einfach Sachen wegnehmen. Also das ist so etwas, das ich optimiere. Dann habe ich mal eine Studie darüber gelesen, dass wir Menschen mit dem Velo sind wir das effizienteste Tier auf der Welt. Wir sind irgendwo sonst nicht so effizient. Es gibt effizientere Tiere vom Kalorienverbrauch, aber sobald wir das Velo haben, sind wir einfach mit Abstand die effizienteste. Ich glaube, das effizienteste ist irgendwie ein Falken oder so. Und von der Distanz, die man zurücklegen kann. Und nachher habe ich mir irgendwann mal wieder gesagt, dass es mir wieder eingefallen ist. Und ich dachte, hey, ich fahre jetzt einfach so viel wie möglich Velo. Ich probiere einfach möglichst mein Velo zu maximieren. Und das sind so Sachen, die ich immer wieder probiere. Und heute gerade mit dem Velo kam. Und heute gerade mit dem Velo kam. Und es war ein Kampf, weil ich irgendwo im Wald gelandet bin, weil Google Maps glaube ich noch niemand hatte, der vom Schaffhausenplatz nach Regensdorf gefahren ist. Aber was mich da noch interessieren, ist ein vielleicht einfach so etwas minimalistisch lebt. Dann hat man zwar wenig, aber man hat alles in den digitalen Geräten. Wir Jungen tendieren da eh dazu, man sammelt, man macht überall heute ein Foto, man macht überall ein Video. Bist du auch dort dann knallhart und sagst nicht mehr als 100 Foto auf dem Natter? Bei Foto nicht, weil Foto ist für mich einfach Erinnerung. Ich finde das mega schön, zum Sachen anzuschauen. Und ich liebe die Funktion, dass Kunden sagen, remember this day auf Google Fotos oder auf Apple Fotos. Aber was ich mache, ist zum Beispiel bei den Apps. Das ist auch so etwas, Apps sammeln sich einfach an auf dem Telefon und ich habe jetzt zum Beispiel vor Mitte letzte Woche wieder mal einfach Apps rausgelöscht, konsequent rausgelöscht. Und das probiere ich immer wieder, weil das ist auch wieder da. Es ist wie bei der Information oder beim Physischen es kommt immer wieder mehr dazu und man muss aktiv dagegen ankämpfen und das Zeug oder ich mache das und du aktiv das Zeug einfach immer wieder löschen und hinterfragen brauche ich es wirklich oder nicht. Darum sicherlich nicht so konsequent im Digitalen, aber auch mehr und mehr. Und wie ist das so, wenn du in andere Räume kommst, Kollegen gehst du besuchen und du siehst, ich lebe da halb Messie-mässig, trägst du da fast nur? Null, null. Das ist mir mega wichtig, dass ich nicht missioniere. Ich sage nicht, dass es eine bessere Art zum Leben ist. Ich sage, dass es eine gute Art zum Leben für mich ist und mich interessiert nicht, ob andere Leute so leben oder nicht. Darum, wir haben es vorhin kurz diskutiert, der Minimalism-Film, ich habe den nie geschaut, es interessiert mich nicht, weil es ist für mich und wenn Leute Fragen haben zu dem, dann beantworte ich das, aber wenn andere Leute anders leben sollen, sollen sie anders leben. Also ich will nicht missionieren, das ist nicht wie Zugriff, ich weiß nicht, was gehört ist, am durchdrehen. Er muss vielleicht auch noch ein bisschen mediasendig dann auch so notieren. Wir haben immer vom Optimieren im Leben, oder? Ich lese immer ganz viel dazu und finde das wahnsinnig interessant. Gibt es auch Momente, wo du dann sagst, hey, warum immer so optimieren und nicht einfach machen Leben? Ja, absolut, absolut. Gibt es im Moment auch? Ja, und ich glaube, jetzt bin ich wieder in einer Phase, in der ich zurückkomme. Das Ganze ist so in Wellenbewegung und das immer wieder beim Flow. Ich liebe das Konzept von Flow, weil es Wellen ist. Und dann gibt es eine Welle, die ich am optimieren bin und denke, hey, jetzt muss ich wieder alles. Und dann kommt irgendwie wieder eine Welle, in der ich sage, hey, für was? Und wo man sich dann fragt, wieso macht man das Ganze? Und ist es plötzlich zwanghaft, zu optimieren? Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass man nicht in dieser Bubble ist und wirklich auch wieder rauskommt aus dem. Darum, ja, frage ich mich immer wieder, hey, optimieren des optimierens Willen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht nur so Bücher lese, weil es ist dann plötzlich ist es auch wieder Konsum. Es ist Konsum von dem Optimieren oder sollte man dann auch andere Bücher lesen, etwas ganz anderes wieder, Science Fiction oder irgendetwas. Und das sind so Wellen, wo man rein und rauskommt. und ich glaube, das ist ganz normal und das ist okay. Ich glaube, das Bewusstsein, das ist spannend, dass man einfach sagt, hey, schau, ich sehe, dass ich jetzt in so einer Phase drin bin, will ich das oder will ich das nicht? Was mich sehr überwundern, wenn wir beim Optimieren sind, wie schläfst du? Ich habe gerade letztens gute Artikel gelesen zu verschiedenen Schlafen, ich weiss, Mono-Schlaf gibt es glaube ich, und Poly-Schlaf oder so irgendwie so heisst, ich weiss nicht, ob du das kennst. Nein. Da gibt es ein Konzept mit zwei Stunden Schlaf pro Tag. Ja. Da tust du einfach alle sechs Stunden oder alle vier Stunden oder zwei Stunden oder zwei Stunden. Ja, ich weiss, Machst du das? Nein, nein, das mache ich nicht. Und ich versuche auch nicht in den Trick zu verfallen, wo die Leute sagen, hey, ich brauche wenig Schlaf, ich brauche mega viel Schlaf. Ich brauche einfach, ich habe mal Zeitli das Gefühl gehabt, ich brauche nicht viel Schlaf und habe mir das will natrainieren, weil man das irgendwie, ich habe verschiedene Leute erkannt, die schlafen wahrscheinlich, man hat das Gefühl, die erfolgreichen Leute schlafen wenig, aber zum Beispiel Jeff Bezos, der schläft mega viel, er schläft seit acht Stunden oder Elon Musk schläft eigentlich recht viel. Nicht, dass ich in dieser Liga bin oder gar nicht, aber ich schlafe, der Maske. Aber Schlaf ist, ja, er schläft, er schläft viel und die Leute haben das Gefühl, er schläft nicht viel und ich glaube, Schlaf ist essentiell oder zumindest für mich und ich will lange schlafen, weil ich muss erholt sein und darum, der Polyschlaf, ja, ich glaube, das sind so neue Erkenntnisse, die man probiert anzuwenden. Es ist spannend, das zu probieren, aber ich glaube, Natur hat das einfach über mehrere Millionen von Jahren so gemacht, wie es sollte sein und ich schlafe, ich schlafe, ich sieben Stunden und darum, nein, das mache ich nicht, aber ich schlafe auf einem 90 cm Bett. Das ist ja etwas zum Beispiel, wo wir letzte diskutiert haben, wo wir irgendwie auf einer Geschäftsreise gewesen sind. Ich finde das immer mega geil, wenn ich so ein grosses Bett habe, weil ich mich einfach daran gewöhnt habe, auf so einem kleinen Bett zu schlafen und ich kenne, glaube ich, niemand mehr, der auf einem 90 cm Bett schläft in meinem Alter. Das ist irgendwie mega weird, ich habe das irgendwie herausgefunden, dass niemand auf einem 90 cm Bett schläft und ich schlafe auf einem 90 cm Bett. Wenn du schlafen und wenn du aufstehst, hast du das Konzept? Also regelmässig? Ich probiere Regelmässigkeit hier zu bringen, das ist eigentlich das Problem, wenn man halt Single ist und dann irgendwie Gefahr läuft, dass man irgendwie doch wieder irgendwie raus will und Leute kennenlernen und so, dass man das nicht so regelmässig macht. Ich versuche zwischen 10 und 11 ins Bett zu gehen und ich versuche zwischen halb sechs und halb sieben aufzustehen. Okay, Morgenroutine? Ja, habe ich. Ich habe so eine Bialetta, wo ich meinen Kaffee mache. Das mache ich mega gerne. Also ich stehe auf, stehe gerade ein Audiobuch anzustellen, mache mein Bett. Ich finde das immer grossartig, wie so mein Bett. Das gibt es ja auch in der Theorie, so der first win of the day und dann mache ich mein Bett. Dann mache ich ein Audiobuch an, gehe gut duschen, zäbeln und all das Zeug. Und dann parallel habe ich aber meinen Kaffee, den ich mache. Und ich laufe von raus und dann riecht aus der Küche Kaffee und das macht mich mega happy. Das finde ich super geil. Und dann bügel ich mein Hemd. Und dann... Du bügelst es selber? Ja, ich bügel mein Hemd. Ich bin mega schnell in dem. Oh, wirklich? Das Problem ist, wenn du sieben Hemden hast, wenn du es bringst, dann hast du die Problematik, dass du mal nicht zu Hause bist. Ich habe verschiedene Dienste ausprobiert, aber ich habe halt immer so 24 bis 48 Stunden, wo ich halt kein Hemd dann habe. Und das ist halt ein Schritt. Dann habe ich plötzlich einfach kein Hemd. Und das ist halt unangenehm. Und ja... Ich lehre diese weg. Eines Hemd dazu. Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber ich bügel gerne. Ich finde das mega geil. Ich finde es schön, wenn irgendwie aus Verkrügelten etwas flach wird. Das klingt ja minimal auch vorbei. Ja, jederzeit. Kommen wir zu deinem Business, zu Amorana. Ein erfolgreiches Online-Business und zwar mit Sextoys. 2012 ist die Idee entstanden, zusammen mit deinem Geschäftspartner Lukas Spieser. 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 Entschuldigung. Aber ihr habt eigentlich gar keinen Plan gehabt. Ihr habt einfach gewusst, wir wollen zusammen Business machen. Oder? Ich habe das richtig gelesen. Erzähl uns. Ja, das ist richtig. Also wir haben die Firma angefangen 2014. Lukas und ich haben zusammen studiert an der Uni Zürich. Und Lukas ist nachher zu einer Investmentbank gegangen. Und ich habe an der Uni gearbeitet und habe verschiedene Startups gemacht. Und nachher hat Lukas mir irgendwann angerufen und gesagt, Hey, schau, ich habe keine Lust mehr Investmentbanker zu sein. Ich habe Bock, irgendwie ein eigenes Ding zu machen. Und ich habe irgendwie gesehen gehabt, dass du immer so Sachen gemacht hast oder hast du das immer erzählt. Lass uns doch zusammen etwas machen. Und nachher haben wir uns entschieden, dass wir jeden Freitag miteinander telefonieren und Ideen hin und her bouncern. Dann haben wir Freitag angerufen und haben gesagt, Hey, hast du eine Idee? Nein, hast du eine Idee? Nein. Und nachher haben wir das Telefon nach irgendwie drei Minuten wieder beendet. Und nachher haben wir gesagt, Hey, das funktioniert irgendwie nicht mit dem Telefonieren. Lass uns einmal in der Woche treffen. Dann sind wir an das Bellewoo und haben uns einmal in der Woche getroffen und haben dort Ideen austauscht und haben irgendwie so Ideen hin und her aufgeschrieben und umgebounced. Und nachher haben wir irgendwie gesehen gehabt, Hey, dass es so die Abo-Modelle wie Black Socks gab und Birchbox und Glossybox, wo man einfach so Boxen einmal im Monat bekommt. Und unsere, die andere Idee, die wir dann gesehen hatten, ist, dass so Pärchen, 83% von den Pärchen gerne würden mehr im Bett ausprobieren, aber sie haben Angst zu fragen. Und dann haben wir irgendwie gedacht, Hey, können wir irgendwie die Ideen kombinieren und dann sind wir drauf gekommen, dass wir ein Abo-Modell machen, um Sex-Toys zu verkaufen. Und dann haben wir eine Landingpage gemacht, die hat lovebox.ch geheissen und haben alle unsere privaten E-Mail-Adressen genommen und haben anonyme an unsere Freunde eine E-Mail rausgeschickt. Und dann haben irgendwie drei, vier Leute zu einer Box gekauft, ohne zu wissen, dass es von uns ist. Aber wir hatten nichts. Und nachher mussten wir in Magic X rennen, aber niemand geben und haben alles gekauft, was 50% gewesen ist. Und haben dann 50%-Klauber weggemacht und haben das in so geile Postboxen nie getan und haben das verschickt. Und nachher haben die Leute dann so zurückgeschrieben, hey, das ist ein mega Crap, den sie geschickt haben. Und nachher haben wir so gesagt, hey, was ist denn das Problem? Und dann haben sie gesagt, hey, ja, also Umsetzung ist mega doof, also wir müssen die Produkte verbessern, aber die Idee ist mega gut. Und nachher haben wir angefangen, die Produkte zu verbessern. Wir haben bessere Produkte eingeschrieben, wir haben die Boxen besser gemacht und dann haben immer mehr Leute, die Abos bestellt haben bei uns. Und dann haben wir irgendwann mal gesehen, hey, das Abo reicht nicht, wir müssen Einzelprodukte rein tun. Und dann haben wir angefangen, auf dem Shop einzelne Vibratoren drauf zu tun. Und nachher ist 50 Shades of Grey gekommen. Wir hatten immer die Hypothesen, dass der Sextoy-Markt aus dem Schmuddel-Image kommt. Und 50 Shades of Grey ist ein Katalysator für das gewesen. Es ist ähnlich wie Starbucks. Starbucks ist nicht der beste Kaffee auf der Welt, aber in China wissen jetzt alle Leute, was Kaffee ist und trinken Kaffee. Also sie haben es vorhin schon gewusst, was Kaffee ist, aber jetzt trinken sie Kaffee. Und das ist das Gleiche mit 50 Shades of Grey gewesen. Die Leute haben plötzlich angefangen, hey, mega geil, das gibt diese Sextoys, lass uns das mal ausprobieren. Und dann haben wir angefangen und dann ist das immer grösser geworden. Und wir haben angefangen im Seefeld, in Lukasiner Wohnung. Dann ist der Pöschler gekommen und hat immer von den Lieferanten ein Paket gebracht. Und die Pakete sind immer grösser geworden. Und dann ist der Pöschler jeden Tag gekommen mit einem grösseren Paket. Und einmal ist er am Tag ohne Paket und nachher hat Lukasin gefragt, hey, wo ist das Paket? Und er hat gesagt, ja, aber eine gewisse Grösse muss er nicht mehr in die Wohnung raufbringen, sondern nur an die Haustür. Und dann ist er einfach so ein riesen Ballett voll mit Sextoys gewesen. Und ich so, shit, ja, hey, was machen wir jetzt mit dem? Und dann haben wir das alles in die Wohnung gebracht und dann ist halt seine ganze Wohnung voll mit Sextoys gewesen. Und dann haben wir gewusst, jetzt ist der Zeitpunkt richtig, um ein Büro zu holen. Und dann haben wir angefangen, als zweites in einem Büro. Und dann ist das immer grösser geworden und gewachsen. Und heute sind wir plus minus 30 Leute und machen 100'000 Päckchen im Jahr. Das ist wirklich wahnsinnig. Vielleicht noch zu der Anfangsgeschichte. Wie, eben, ihr habt die Idee geschert, aber wie kommt man gerade auf das Sextoy-Business? Ist sicher auch so ein bisschen, hast du schon nicht so den Gedanken gehabt, nein, ich komme in das Business, da will ich nicht meinen Namen reingeben, das würde ich lieber, weil ich anonym möchte machen. Oder ist das vor allem, würde ich völlig easy sein? Null easy sein. Und das hat dann niemand gut gemacht. So was denkt meine Mutter? Ja, genau. Ich bin katholisch erzogen worden und meine Mutter denkt sich wahrscheinlich heute noch so, okay, weiss ich überhaupt. Ja, ich habe es ihr ja mal gesagt, aber sie denkt sich wahrscheinlich, was habe ich da falsch gemacht? Nein, das ist am Anfang überhaupt nicht so klar gewesen. Jetzt im Nachhinein ist es gut rausgekommen, aber am Anfang hat das auch niemand eine gute Idee gefunden. Niemand hat gesagt, mega geil, zwei Dudes, die Sex zu uns verkaufen online, ist eine super Idee. Wir haben am Anfang Investoren gesucht und ganz am Anfang hat niemand mitmachen. Und es war wirklich auch immer die Frage, hey, wolltest du in deinem CV drin haben, Sextoys zu verkaufen? Da denkt man sich immer, hey, vielleicht will man irgendwann mal zurück wieder und in eine Bank oder in eine Uni arbeiten gehen gehen und geht das nicht mehr. Und das ist nicht so klar gewesen. Und dann haben wir aber irgendwann gesehen, dass wenn wir unseren Kopf raus tun und die Leute sagen, hey, wir verkaufen, das sind wir, die Sex zu uns verkaufen. Wir sind so die Ersten gewesen, die aus dieser Anonymität rausgekommen sind in der Schweiz. Du weisst nicht, wer hinter den anderen Sex zu uns ist. Aber wir sind rausgegangen und gesagt, hey, wir sind das. Und das hat gerade mega, also das hat meiner Meinung nach rückblickend zum Erfolg geführt, weil die Leute haben sich gesagt, die Leute, die uns gekannt haben, haben gesagt, hey, die zwei Dudes müssen Sex zu uns verkaufen, die sind so arm, sie tun uns richtig leid, also kaufen wir mal doch bei denen irgendwie Sex zu uns. Und das ist so, die ersten Leute kaufen nicht ein Produkt, die ersten Leute kaufen ein Produkt oder eine Dienstleistung bei einem Start-up wegen der Person, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sie einfach die Leute einem leiden und dann sagt sie, hey, ich kaufe jetzt einfach mal. Und so fällt das an. Und das ist sicherlich etwas, was ein Unterschied zu anderen ist. Wir sind hingestanden und die Leute wissen, dass wir Sex zu uns verkaufen. Und wie habt ihr einfach da irgendwelche Toys aus dem Sortiment genommen und die dann verkauft oder habt ihr die an eine Kollegin getestet? Oder Beta-Userinnen? Ja, also, wir haben einfach angefangen mit einer Website und dann haben wir ein bisschen ein Sortiment gehabt und dann sind wir konstant ein Ausverkauf gewesen, also wir haben dann einfach verkauft und teilweise sind die Lieferzeiten extrem lang gewesen. Es ist nicht irgendwie so ein Tag X gewesen, wo wir gesagt haben, hey, jetzt haben wir ein Sortiment voll, sondern das hat einfach angefangen mit, was haben wir am Anfang ich würde sagen, wir hatten die Box vielleicht 200, 300 Produkte und dann haben wir immer mehr Produkte dazu genommen und dann haben irgendwie Leute nach anderem gefragt, dann hat man das dazu genommen und dann haben wir das wieder verkauft und dann sind andere gekommen und gesagt, das sollte man noch nehmen und dann haben wir auf dem Messer irgendetwas gesehen, also es ist so, es ist so ein Konstant, es ist so ein und dann ist es so, wie du gestartet hast, hast du den Fokus voll auf die Bude gelegt oder ist es erst dann später gekommen, wo du gesagt hast, ich muss mich noch mehr fokussieren? wir haben, der Lukas und ich haben verschiedene Projekte gehabt, wir hatten verschiedene Startups gehabt, wir hatten verschiedene Plattformen gehabt, die wir probiert haben und ich war in mega vielen Vereinen und alles und Freunde von mir, enge Freunde von mir wie Adrian Locher oder Marc Bernecker, die haben zu Teil den Ausgang gegründet und andere haben immer gesagt, du musst fokussieren auf eins Ding und ich habe immer das Gefühl ich muss verschiedene Projekte haben, weil das inspiriert Projekte untereinander und zurückblickend ist das das Wichtigste, es ist einfach der Fokus where the focus goes, the energy flows und das ist extrem wichtig und dann haben wir einfach gemerkt, hey, das Amorana das hat etwas die Leute fragen nachdem die Leute sind interessiert und dann haben gesagt, wir schneiden alles ab, alles andere und wir machen nur das ausschliesslich das und das ist unser Leben seit 5 Jahren und dann funktioniert es und ich glaube nicht dass Firmen funktionieren wenn man sie hoch skalieren wenn man sie irgendwie so nebenbei macht das geht es ist einfach zu schwierig Wie hart ist das gewesen, als du die anderen Projekte loslassen musst? Mega, weil jedes Projekt ist so ein kleines Baby und man findet es mega spannend und man denkt hey, das ist doch eine mega gute Idee das sollte man machen und es ist extrem schwierig und ich glaube das ist so die Tausende von Todes die ein Unternehmer hat immer sieht die Opportunität und denkt hey, das sollte ich machen und nachher sagen nein, ich kann nicht ich muss das machen und nur das fokussieren und das ist heute noch so also heute kommen die Sachen dazu und wir denken hey, das sollte man machen und dann einfach sagen nein, wir dürfen es nicht machen wir müssen fokussieren auf das was wir können den fokus ich frage dich in jeder Sendung und das ist wirklich so 90% der Gäste sagen das was du sagst man muss fokus dann gibt es ein paar wenige die sagen nein man kann auch mehrere gleichzeitig machen der eine ist der Franco ich nehme immerhin als Beispiel der wird mich verprügeln er hat das gut gesagt er hat gesagt ich wäre vielleicht nur erfolgreicher gewesen aber ihm sei es wichtiger gewesen lieber fünf Sachen mittelmässig zu machen wie nur einem Gut also die Abwechslung hat er unbedingt gebraucht und der zweite ist was man noch in Erinnerung ist Hans-Ueli Lehmann der einfach gesagt hat man kann mehrere Sachen machen wenn ich die richtigen Leute haben die tätig also ich glaube es gibt wie so zwei wir hatten vorne vom Schlaf es gibt Leute die mit wenig Schlaf auskommen ich glaube es ist so ein Gendefekt wo so 2-3% der Bevölkerung haben die einfach weniger Schlaf brauchen aber 97% von den Leuten funktionieren mit 6-8 Stunden Schlaf das gleiche ist mit dem Fokus es gibt Leute die mega gut sind im Multitask und verschiedene Projekte machen ich bin es nicht und die Leute die ich gesehen oder wie du das auch siehst 90% sind es auch nicht das heisst wenn der Zuhörer sich überlegt ich will das machen ich will irgendein Job können und ich will meine eigene Firma haben dann ist das einfach eine grössere Wahrscheinlichkeit zum Schaffen ist es so zwingend nein vielleicht ist die Person eine andere Person aber ein gross Teil der Leute macht das andere ist ich glaube dass man mehrere Sachen machen aber nicht wenn man operativ dabei ist sondern wenn man strategisch vielleicht in einer Firma dabei ist wenn man als Berater dabei ist also man hat einen kleinen Anteil von 2-3% und man trifft die alle 2-3 Monate und diskutiert strategisch etwas das kann gehen oder das geht aber das andere ist einfach schwierig das wäre eigentlich ein Modell für dich oder du mit einem Projekt nur noch raus das ist einfach eine finanzielle Frage unser ganze Geld ist Amorana drin also dort ist das Zeug drin und darum das ist so etwas was ich sehe es ist so du musst Skin in the Game haben oder wir haben keinen Plan B es gibt nur Amorana und dann muss man einfach vollgas geben es gibt keinen Plan B wir können nicht mehr in eine Bank arbeiten wir verkaufen Sex so niemand nimmt uns können wir vielleicht noch ein werdet wie war dein werdegang du studiert an der Uni ja genau und dann wie ist weitergegangen ich habe an der Uni Zürich studiert und hatte dort so ein glückesfall in Anfängelschluss ich habe Sinologie gemacht Sinologie ist chinesisch und das war zu einer Zeit 2003 wo wenn ich gesagt habe ich mache Sinologie hat zuerst niemand gewusst was das ist und wenn ich gesagt habe dass es chinesisch ist 10 von 10 leuten und dann habe ich glück dass ich nach china gehen ok noten weil wir einfach nur sieben leute gewesen sind also irgendwie alle mega eng mit den professoren und nach china gehen und ich habe gesehen dass chinesen das hat sich dort schon abzeichnet dass extrem unternehmerisches volk sind die chinesen die getroffen haben keine business plan gemacht die einfach idee und haben die umsetzen und dann bin ich zurück und habe gesagt hey das will ich auch ich glaube dass das der richtige weg ist machen vor studieren und machen hat ganz viele nachteile weil man immer wieder umgeht aber ein wichtiger Vorteil ist dass man Erfahrung sammelt und ich glaube Unternehmertum ist ganz viel Erfahrung und dann habe ich einfach angefangen ist das bestärkt worden durch die Artikel die ich im Silicon Valley gelesen habe wo so Begriffe wie Failure Fast also schnell Sachen daneben hauen und dann habe ich angefangen verschiedene Projekte zu machen und habe ein Projekt nach dem anderen daneben gehauen und musste wieder mal arbeiten und dann habe ich in Private Equity ein Jahr gearbeitet und dann noch ein bisschen an der Uni und dann habe ich wieder das Nächste probiert und das Nächste probiert und Nächste richtigen Job und dann habe ich mir gesagt habe ich mir das überlegen soll nein ich will das nicht ich will Unternehmer sein und ich will aus nichts etwas kreieren das ist das was ich kann und da habe ich einfach mega viel Freude und da sind wir gerade beim Thema du bist vielfach gescheitert du hast viele Ideen die nicht funktionierten vielleicht noch ein kleiner Hinweis du warst im Podcast Nikolas genau abverhat.ca da könnt ihr die ganze Story dann komplett hören aber gib uns noch einen Einblick was hast du alles probiert du hast wirklich Try and Error gemacht ja ich wirklich Try and Error sage irgendeine Idee wahrscheinlich haben wir sie probiert wir haben von einer Uber App vor zehn Jahren probiert über ein Nachhilfeportal über Apps auf Facebook über ein Spielzeug online über einen Mango Schnaps alles möglich probiert und das Zeug ist alles in die Hose gegangen und es ist genau richtig ich glaube an das Konzept von Trial and Error und es gibt eine spannende Hypothese und zwar Unternehmertum ist ganz viele Versuche zu starten ganz viele Trial and Errors und irgendeinig funktioniert eins hingegen wenn man irgendwo angestellt ist dann hat man sehr lange ein gesichertes Einkommen aber wenn man dann entlassen würde dann fällt es zusammen also habe ich das richtig angebracht es ist wie Unternehmertum ist man geht ganz häufig wenig aus und probiert Sachen und eins hat Erfolg und wenn man angestellt ist verdient man ganz wenig aber Problematik ist es kann dann sehr schnell zusammen fallen und für mich ist einfach das Unternehmertum einfach der Try and Error Prozess den ich großartig gefunden habe und man muss einfach durch das durchstehen weil ein gewisser Stigma da ist und sagt hey du hast so viele Sachen wir glauben nicht dass du das kannst und da muss man irgendwann auch sagen ich will das das ist was ich will also du sagst es war enorm wichtig dein Lebensprozess ja wahrscheinlich ich bin wie Unkraut das bringe einfach nicht kaputt und das ist sicherlich eine Qualität einfach einfach hohe Schmerzgrenze zu haben weil da kommt dann wieder die Erb dazu weil ich einfach sehe hey ich habe die 8300 Tage zum Leben und ich will einfach etwas machen ich will einfach etwas cooles machen aber was hast du bei Amorano anders gemacht damit das durchgestartet ist also sicherlich ist das wichtigste ist der Lukas mein Geschäftspartner ohne Lukas würde es das Ding nicht geben Lukas und ich sind zwei komplementäre Typen Lukas lernt alle Leute im Gym kennen ich lerne alle Leute am Morgen am 3 an der Langstrasse beim Yerbas Schatz kennen und das war am Anfang schwierig weil wir hatten andere Arbeitsweisen und wenn man etwas anfängt fängt man häufig mit Freunden an einfach mit guten Freunden weil die ähnlich sind und Lukas und ich waren anders und das hat mega geholfen weil er einfach Sachen besser macht als ich und ich mache andere Sachen besser als er aber das sind nicht die gleichen und das hat aber am Anfang gebraucht bis wir uns gefunden haben wer schafft wie also das eine und das andere ist einfach der Fokus einfach wirklich nur ein Ding machen that's it und unsere Mitarbeiter jetzt natürlich das ist das das was jetzt realisiert man dass man das nicht alleine kann und man braucht gute Mitarbeiter und eine gute Kultur in der Firma und wie hast du noch über Kultur wie die Firma was mich noch wundern du das Try and Error Prinzip ist extrem wichtig und dann gibt es ja eigentlich noch das Tritt Prinzip ist das kenne ich auch ein paar die machen einfach copy paste sie sehen etwas was funktioniert und sagen ich lerne gerade vom besten ich übernehme das eins zu eins was halt ist von dem Prinzip das funktioniert theoretisch auch funktioniert theoretisch auch sehe etwas in den US oder in Kino machst das ich glaube es funktioniert heute nicht ich glaube das ist vor 5 6 Jahren eine gute Strategie aber weil die Leute auch lernen die erste Idee haben zum Beispiel Airbnb das haben in Deutschland probiert zu kopieren und Airbnb hat sich dagegen verteidigt und hat das erste Mal gesehen hey wir können uns gegen das verteidigen es hat ein Wimdu gegeben und das hat viel mehr Geld gehabt lustigerweise Airbnb am Anfang und ist das 1 zu 1 kopieren funktioniert nicht mehr da bin ich überzeugt weil die Leute haben gelernt das ist gegangen in einer neuen Welt wo das Internet kam man kopieren aber heute geht das nicht man muss mit guten Ideen kommen das ist wichtig aber was man immer noch machen es gibt auch nichts Neues auf der Welt man nimmt etwas existierendes und nimmt eine andere Idee und führt das zusammen Ideen 6 und aus dem entstehen neue Sachen also kopieren plus Neues ist das was Innovation gibt da bin ich überzeugt davon aber 1 zu 1 kopieren das funktioniert nicht mehr kommen zu den Mitarbeitern du hast vorhin schon angesprochen um die 30 sind heute über 100'000 Bestellungen letztes Jahr also unglaublich wachsen jedes Jahr wirklich brutal wie ist das wie haben ihr das schnell wachsen und plötzlich Mitarbeiter einstellen und dann musst du ein System schaffen kannst nicht mehr sagen du machst du das noch wie ist das war bei euch das haben wir am Anfang extrem schlecht gemacht das muss man wirklich so sagen wir das nicht gut gemacht und wir haben da wirklich ein paar ganz konkrete Fehler gemacht und so ein konkreter Fehler ist wenn man eine Firma anfängt ist man als Startup hat man konstant zu viel zu tun das ist man hat einfach zu viel weil am Anfang haben das zweit gemacht Kunden Paket 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 Einkauf einfach alles gemacht und dann fährt man Leute anstellen weil man zu viel Arbeit und was was wir gemacht haben und was viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch falsch machen ist man stellt dann einfach an weil man will die Arbeit weg geben und das ist mega gefährlich weil wenn einfach Leute dazukommen wo man nicht sauber rekrutiert also wirklich sauber rekrutierungsprozesse machen das heißt Referenz anruf zwei Jahre lang keinen Referenz anruf gemacht und das ist mega gefährlich weil auf dem CIVIC sieht alles mega gut aus aber vielleicht passt die Person einfach nicht zu unserem Unternehmen einfach dem letzten Chef anrufen und sagen hey würdest die Person wieder anstellen so einfach das zweite ist wir haben nicht auf unsere Kultur geachtet heute ist das zentral bei uns wir schaffen wirklich an unserer Kultur wir haben einen HR-Chef wir sind nur 30 Leute aber einen HR-Chef der wirklich das kultiviert die ich glaube an das zutiefst weil es gibt wie zwei Prinzip es gibt entweder das Kontrollprinzip oder das Kulturprinzip und Kontrolle kann auch gehen also Banken können sehr erfolgreich sein mit reiner Kontrolle aber wenn man schnell wachsen funktioniert das Kontrollprinzip nicht weil Kontrollprinzip heisst ich kontrolliere dich und nimm dir Verantwortung weg die Verantwortung liegt bei mir weil ich kontrolliere dich also du musst nicht überlegen ich muss überlegen und das funktioniert bei etablierten Sachen kann das gehen aber wenn man schnell wächst passieren ganz viele Probleme in der Peripherie und wenn man das kontrollieren will sind das einfach zu viele Sachen die passieren das heisst die Leute müssen so trainiert sein und die Kultur hat dass sagt hey das ist ein Fehler ich überlege wie ich den selbst lösen wir haben so Eigenständigkeitsprinzip ich zuerst probiere das selber zu lösen und das schlägt Kontrolle in der Anfangsphase es kann sein dass ich noch nie ein grosses Unternehmen hatte vielleicht ist Kontrolle in einem grossen Unternehmen besser I don't know aber ich glaube es nicht ich glaube Kultur schlägt das weil man einfach wahrnehmen kann in den Peripherie Sachen die man sonst nicht wahrnehmen in einem zentralisierten System Was ist so die Tamorana Kultur Also das Eigenständigkeitsprinzip ist etwas das wir haben wirklich die Offenheit das ist etwas was unglaublich ist Lukas ist unser CEO und wenn jemand eine gute Idee hat dann hört Lukas und auch ich zu also es gibt Ideen müssen durch die Firma durchgehen und wenn etwas schlecht ist dann spielt es keine Rolle ob der Praktikant kommt und sagt hey das ist ein Shit oder jemand im Lager oder im Kundendienst das ist das was bei uns die Ideen und das konstante Verbessern unabhängig von der Person und das ist etwas extrem stark ist Aber die Kultur die Werte mussten erst arbeiten als es schnell gewachsen ist Am Anfang funktioniert es einfach das Zweite Ja genau es funktioniert es gibt auch Studien sagen dass man mit 5-6-7 Leuten kann ich glaube weil wir getrimmt sind auf 7 und 7 waren zwischen 10 und 20 Leute und man kann 5-6-7 Leute gut führen und sobald es über das geht wird es schwierig und dann muss man halt Strukturen anfangen zu bauen und das haben wir nie gemacht haben wir nicht gewusst wie man das macht und wir haben den Leute nicht sauber eingeschafft heute schaffen wir Leute wirklich Wochen und Monate ein dass sie wirklich und mehr Energie anfangen zu tun damit es nachher funktioniert und wir mussten hart erkämpfen das nicht so einfach gewesen aber heute wird es immer besser Ihr seid sehr erfolgreich unterwegs gerade kürzlich sind ihr auszeichnet worden Platz 1 die bekannteste Brand im Startup Bereich und Platz 2 das beliebteste Startup der Schweiz unglaublich was macht euch so erfolgreich also man muss natürlich auch immer wieder das in Perspektive nie tun ich glaube wichtig ist dass man als Unternehmen nie glaubt dass man erfolgreich ist weil sonst fährt man einfach an Gang zurückschalten für uns ist immer Tag 1 wirklich ich habe ein ausgedrucktes Blatt Papier auf meinem Pult und da steht Always Day One ist einfach immer Tag 1 man darf das nicht glauben irgendwann ist dass man erfolgreich ist und das ist auch Unternehmen in Wellen manchmal hat man das Gefühl hey mega geil jetzt haben wir es rausgefunden wie es läuft und dann am nächsten Tag funktionieren die Zeiten nicht oder die Marketingkosten explodieren und man denkt hey shit also es geht rauf und runter und irgendwann realisiert man einfach oder ich habe für mich realisiert die Wellen kommen und gehen und die sind nicht so wichtig das Wichtige ist das Prinzip das nennt sich Kaizen das ist ein japanisches Prinzip wo man sagt hey man muss nicht der Beste sein aber man muss der sein der einfach konstant arbeitet und sich konstant verbessert und ich finde das ein mega schönes Prinzip die konstante Verbesserung und das ist das was wir bei uns machen also wir sehen etwas funktioniert nicht wir lassen es nicht einfach so sondern wir hinterfragen wie können wir das verbessern jeden Tag sollte das ein Versuch sein aber einfach so konstant verbessern das finde ich mega geil was sind vielleicht auch so ein bisschen die Hürden gerade in diesem Business weil ihr habt ja das wie du eigentlich schon gesagt hast der Film hat euch sicher geholfen Fifty Shades of Grey was sind vielleicht die Hürden um das Business sauber zu machen quasi es gab keine Hürden es gab alles mega einfach ein Business blank gemacht das ist genauso aufgegangen wie wir uns das überlegt hatten nein tausende von Hürden und wie eingangs auch mal gesagt ich meine niemand hat gesagt hey Sex zu uns verkaufen mega geil sondern die Leute sagten das gibt es ja schon und das hat niemand gut gefunden am Anfang und ich finde das Prinzip von Hürden ist grossartig es sind all die Neis die Leute sagen super weil das halten die Leute ab die sie nicht wollen die die wirklich wollen die gehen über das Nein darüber und es gab x Hürden gab also am Anfang hat das niemand eine gute Idee gefunden dann sind wir zu Lieferanten gegangen und die sagten nein wir können euch nicht beliefern es sind Onlineshops wir haben jeden Tag zehn Onlineshops die uns anfragen wir nicht Werbung machen in bestimmten Bereichen am Anfang wollten die Leute nicht zu uns kommen weil du willst in dem sie nicht haben dass Sex verkauft heute sieht das anders aus es gibt Hürden dass wir nicht Facebook Werbung machen wegen Amorana es gibt Hürden dass uns die Leute sagen hey der Spot darf nicht laufen x Hürden nicht also ich glaube ich glaube so Unternehmertum ist so die die Hürden überspringen umgehen abzubauen es ist nur das es ist eigentlich nur immer über Hürden gehen und wie wer ist so eine Zielgruppe von euch hat jeder Schweizer schon so ein Toy Nein haben sie nicht noch nicht ich hoffe dass das 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 der womanizer probiert oder dass das der gute LN20 also L S20 eingehen ohne Mindestbestellung können Sie einfach mal ausprobieren darum vielleicht da Nein und wir haben eine Bekanntheit von etwa 44% laut dieser Studie also 44% von den Leuten kennen uns was sehr hoch ist Nein haben es noch nicht was wir sehen ist die Akzeptanz bei den 21-25 Jährigen ist etwa 87% für Sextoys bei den über 65 Jährigen ist etwa bei 14% das heisst die junge Generation wächst an und sagt hey wir haben kein Problem über Sex zu sprechen und Sex zu kaufen Darum ist das für uns so die Zielgruppe sind 25-34 Frauen das ist die Hauptkäuferin und die zweite Gruppe ist dann gleich alt aber Männer und die sind urbane Leute die in Städt wohnen die verheiratet sind häufig Kinder haben die bei uns einkaufen also das ist unser Zielpublikum Und mit eurer Werbung guten Mark drinnen und ihre machen dann ihr auch den Markt so richtig auf dass jeder mal so probieren Ja das ist so unsere Idee ist wir einfach die Barriere runterbringen Wir müssen die Barriere runterbringen dass Leute über das Thema sprechen Es gibt eine einfache Gleichung Die Leute haben Streit in einer Beziehung Sie haben Sex Sie haben keinen Streit mehr in einer Beziehung Und an das glaube ich Ich glaube dass Beziehungen Basis ist neben der Kommunikation und ich glaube Sexualität ist ein Teil der Kommunikation Ich glaube die Leute müssen über das reden Und all die Probleme die wir haben oder viele Probleme die wir haben ganz viele Paar wünschen sich etwas anderes und sie reden einfach nicht darüber und unsere Aufgabe als Amorana ist dass die Leute über das reden und dass man sie inspirieren uns auszuprobieren das ist das was wir machen wir schauen dass die Barriere runter geht dass die Leute keine Scham haben über das zu reden und wenn sie bereit sind über das zu reden dass wir mit Ideen kommen und dann gibt es Sachen die gut finden wenn sie es ausprobieren und gibt es schlecht finden aber es wie sekundär sie müssen darüber reden und dann können sie es ausprobieren und dann gibt es Sachen die sie gut finden das ist das was wir machen sehr erfolgreich und sehr sehr gut wir sind schon fast am Schluss für die Sendung vielleicht noch ein wenn jemand inspiriert wurde und sagt ich möchte auch Unternehmer werden ich bin aber noch angestellt in dieser Situation wie schafft man den Change vom Mitarbeiter zum Unternehmer zu werden ganz konkret ich bin ich habe das so gemacht dass ich dann alles abgeschnitten habe und dann nur das gemacht habe wenn man sich das leisten kann man das machen aber es geht halt nicht immer und darum ich glaube wirklich daran dass es wichtig ist dass wir mehr Unternehmertum haben darum rede ich auch gerne über meine Fehler weil ich liebe das Land ich liebe die schweiz und ich glaube das einzige problem also eines der wenigen problem ist dass wir zu erfolgreiche unternehmer und unternehmerinnen hatten die haben grosse corporates bauen und dann waren die Leute 30 40 Jahre in einer Firma die Zeiten sind vorbei die amerikaner chinesen die deutschen warten nicht mehr an der schweizer grenzen sondern die kommen in den mehr die weil er lukrativ ist weil die lehne höhere löhne haben wenn sie dahin kommen und wenn sie das geschäft aufbauen und ich glaube daran dass man über das reden failure damit die Leute ihre eigenen business machen und die fehler nicht machen und wie würde ich vorgehen also zuerst der arbeitgeber informiert dass man ein side project hat und dass man nur ein einziges projekt hat wenn man einen job hat sollte man nicht nur nebenbei verschiedene projekte haben sondern ein einziges projekte und das projekt hat man eine hypothese und das könnte ich machen dann was würde ich machen ich würde auf strikingly oder squarespace oder wix oder was 100 seite bauen und zwar wo einfach mit einem satz erklärt was es ist und dann registriere dich dann mit e-mail adresse dann würde ich 10 franken nehmen für google werbung im tag und 5 franken für facebook werbung würde einfach mal anfangen und würde anfangen zu schauen ob Leute das Produkt oder die Dienstleistung oder die Plattform würden gerne in Anspruch nehmen also ich mache Facebook Werbung zu Dungeons and Dragon Plattform mache Dungeons and Dragon Plattform mache Werbung bei Facebook über die Leute die Dungeons and Dragon Fans sind mache Google Werbung und bringe die Leute auf die Seite und schaue dass sie sich registrieren und dann in ersten Kontakt mit den Leuten und sagen hey wieso bist du darauf gekommen was findest das spannend können wir mal miteinander telefonieren und so Know-how bekommen also bevor man etwas baut testen hey ist das Interesse von den Leuten und nachher hat man die ersten 20 30 Leute die sich registriert haben und nachher fängt an eine Interaktion mit denen zu diskutieren hey ich plane das so und es sollte sehr transparent sein mit den Leuten und sagen ich plane das ich plane das und nachher baut man das nah und plötzlich sieht dann ist das SIT Projekt immer grösser ohne dass man am Anfang sehr viel investiert hat weil das ist die Gefahr wenn man zu lange wartet und zu investiert dass es zu spät ist falsche timing zu viel Geld ausgegeben zu viel Fehler gemacht hat die Tests Trial and Error sollte man unbedingt machen aber man nicht parallel machen sondern sequentiell also man eine Idee testen in Interaktion mit den Leuten funktioniert nicht aufhören deine erste Idee machen und nicht x Ideen so einfach ist es so einfach das ist gar nicht schwierig sogar Leute wie ich haben es geschafft sehr gut wenn es dann nicht so flowt bei dir was ist das Rezept zum zurück finden ich bin überzeugt dass man das erzwingen man kann das erzwingen wie 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 es es ist wie bei den meisten sachen wenn ich in gym will gehen ist es doof am anfang aber wenn man es dann gemacht hat findet man es mega geil und ich habe einen einfachen trick und zwar gibt es so psychologischer trick dass man hat eine Idee und denkt hey das wäre geil also der flow würde in die Richtung gehen aber ich mache es nicht dann kann man rückwärts zählen 5 4 3 2 1 und sich physisch bewegen und das führt dazu dass man im hirn die möglichkeit gibt sich aus dem herauszureden das heisst ich denke ich muss jetzt die marketing maßnahmen den marketing plan fertig machen sitze im büro und denke ok ich muss es machen ich denke dann 5 4 3 2 1 go mache den laptop auf fange an oder bei der steuererklärung was so dann ist der erste schritt und dann kommt der unternehmertum der erste schritt der wichtig ist wenn man im gym geht ist aufstehen taschen nehmen los laufen und dann geht man und das finde ich ein mega geiles konzept einfach zu den ersten schritt und den kann man erzwingen mit indem man das hirn ausschaltet mit dem einfachen psychologischen trick der nennt sich der 5 second rule und dann go und dann kommt man im flow das ist was glaubst ist der grösste hinterlegsgrund warum die leute nicht den ersten schritt machen weil ich bin faul manchmal ist es einfach geil auf dem sofa zu hängen oder im bett aber es ist so die ich bin träg und dann bin ich aktiv und es ist auch da die welle manchmal mega träg und manchmal aktiv und das kommt und geht aber man kann in das aktive in gehen in dem man sagt ok ich mache das das bewusste ich mache das jetzt ich habe mir gerade die letzte die ich überlebt über die ich gelesen habe mit optimieren minimalismus und so die Frage die ich gestellt habe wieso eigentlich und da habe ich mir überlebt wenn genau das Gegenteil machst und hängst auf dem Sofa bist genauso unzufrieden also wir Menschen müssen optimieren ja ich glaube wir haben die tendenzen zu aber ich versuche auch irgendwie das nichts machen eben und da kommen wir wieder so jetzt kommen wir mehr aus der optimierungsphase raus so dass einfach nichts machen und mit sich selber sein und ich finde das Zitat mega geil alle Probleme die auf der Welt sind weil Menschen nicht mit sich selber für 30 minuten in einem Zimmer sitzen und einfach im Zimmer sitzen und nichts machen und nicht das konstante Instagram checken und all das ich glaube das hat eine Schönheit wo ich irgendwie mehr will herausfinden über das das ist schon fast ein schöner Schluss willst du noch irgendetwas sagen den Zuhörerinnen und Zuhörern gehen auf amaraner.ch und probiere mal den Code LN20 genau dann kommen wir zu der zweitletzte Frage wie kann man mit dir in Kontakt retten und was für Links und Tipps willst du bei den Shownotes ja also LinkedIn ist sicherlich etwas dann meine Webseite amaran amaran.ch oder allenfrei.com das sind Möglichkeiten wie kann und das ist auch so ein Tipp den ich habe an Leuten statt einfach irgendwie ganz viele Leute schreiben einem und fragen hey kann ich das und das haben aber man muss sich in die andere Situation man muss sich in die Situation der Person tun ich bekomme ganz viele von diesen Anfragen und habe die wahrscheinlich früher auch selber gemacht aber man muss Value Wert bringen das heisst wenn ihr in Kontakt mit mir wollt bringt zuerst etwas Geht auf meine Webseite und findet einen Fehler und sagt hey Alan das ist ein Fehler auf dieser Webseite das solltet ihr verbessern und dann ist es ganz schwierig für mich zu Nein sagen aber wenn jemand schreibt hey kann ich dich mal auf dem Kaffee treffen das ist mega doof und ich habe für mich gesagt wenn ich etwas von anderen will dann überlege ich mir zuerst was die Leute was kann ich bringen was gibt es für Möglichkeiten was kann ich und auf jeder Webseite findet man Fehler kann man einfach durchschauen und sagen hey du hast einen Fehler da sehr geil living is giving genau genau letzte Frage Alan von 1 bis 10 wie fest bist du im flow am Ende dieser Sendung ich bin bei 9,85 noch weiter das ist sehr gut das hat mich sehr gefreut aber jetzt haben wir fast vergessen in den Shownotes ist auch noch der Link zu Amorana flowcast abonniere mich auf itunes spotify castbox oder auf meiner Webseite und verpasse keine Sendung mehr flowcast just flow